Dann! 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 Mich absolut nur auf das End konzentriere oder keine Ahnung. Kannst ja auch machen. Lange. Merkt man eh voll oft, dann wirds ruhig und dann wirds sich nur auf das wesentlich über den Callouts in... Dings. Okay, Jungs, komm. Smoken brauchst du nicht. Ich kotze gleich auf den Tisch. Ich stell ja am besten mal irgendwo einen Heimer daneben. Ach, sorry, Alter. Zu viel Energy, Jungs. Der Magen sagt, nö. Der Magen hat alles kostet. Der Front braucht das Amunition. Wie schnell sind denn die immer jetzt hier schon? Bei mir, unten. Der One-Shot. Komm, Sniper, zeig dich. Ich weiß, dass du da stehst. Idiot. Noch einer bei mir. Wie schaut's mit unserer Control aus? Ey, Sniper-Hitmarker, Jungs. Das ist nice. Sniper-B-Top. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Mann, Verfucker. Äh, Bombe ist unten, Bombe ist unten. Ja, höre ich. Ja, er sieht mich oder was? Wie geht denn sowas? Klar, Junge. Ja. Ich habe abgedrückt, ne? Oben? Natürlich! Oben und unten. EGB. Der ist immer noch klein. Ich glaube, der geht auf A. LOL. Boah, ich dachte, der aimt ihn ab irgendwo. Ist umgekippt wie so ein Streichholz, Alter. Ich hätte, der war halt echt besser, aber ich hätte auch gedacht, der Sniper steht hier für den. Komm mal da mit snipen, Alter. Du hast nicht abgedrückt, Steve. Du hast voll... Boah, bei mir habe ich abgedrückt. Geh mal mit Pumpe direkt vor Akabiner. Ganz ehrlich, scheiße auf den Sniper, ja? Ohne Witz, Mann. Der hat nur Nachteile. Ich habe jetzt aber keine Rauf mit für A, wenn er dich da holt, ne? Dann im nächsten Angriff, ne, wenn er da irgendwo kämpft. Ja, ich mache unseren Zufall. Nur Nachteile, mach drei Kills. Die Nachteile will ich auch haben. Unten down. Dumm, Alter. Okay, du hast da, dann guck ich kurz da. Guck einmal unten ab, bitte? Ja, mache ich. Wo ist das so eine Tür, Alter? Schau bei uns hinten. Explosive plantiert! Nice, nice. Absolut schlecht! Ah, an... Einer unter A. Einer Fahrerkabine bei dem. Was war das jetzt? Unter A. Der klettert hoch, der ist oben. Sehr schön, so muss das sein, Alter. Let's go. Der erste hat den Quickscope seines Lebens kassiert, ja? Mhm. Ähm, kannst du Smoke werfen? Ja. Muss gleich wieder runterlassen, Alter. Er schießt einfach auf sein Schienbein, ne? Na gut, äh, Merse hatten ja getroffen noch. Oh, Sniper sagt, Aste la Vego, jetzt use ich hier die Spot-Suite noch. Eigentlich fast keiner kennt, Alter. Komm, zeig die Hürmerlein. Ja, so dumm, Alter. Einer B, einer B, einer B, on-Spot, on-Spot, on-Spot. Safe. Einer Aste es, einer Aste es. Ich snipe nicht mehr. Einer on-Spot, einer on-Spot, B, B, B. Ich guck Control, Dennis. Ich guck grad nicht unter dir. Könnte der aber auch gewesen sein, den Becks. Ne, und da kam noch ne Nate von B. Einer ganz hinten, ganz hinten. Der Sniper, der Sniper, letzter Sniper, Jungs. Komm, du bist bei uns am Spawn. Beim Christopher. Wenn wir uns da irgendwo in Campen eingehen. Ja. Dennis, geh weg da, du bist der absolute Freakill. Wo ist die denn gedroppt, Christopher? Direkt am Spot, oder? Oh ja, der ist hier vorn bei mir. Hab du über mir. Geht hinten, Top, links. Könnt bei dir oben, Top? Geh, höh, oben ab. Nice. Abfahrt, Jungs, jetzt hier. Wer sind die, Junge? Wer sind die? Mellow. Lässt du mal Black Lion in Ruhe? Torope sein Clan? Woher weißt du denn das, Digga? Weil das Torope sein Clan ist. Ich war in AW bei denen drinne. Ich auch. Torope, ja, stimmt, Alter. Ja. Ach, was sind das auch noch Deutsche? Na ja. Seien auch lustiger. Schön, dass der einen so gekommelt hat. Ach der? Ja, ja. Vor allem, er hat deine Faust schon. Ich guck unser Spawn. Wer hat die geworfen? Ich nicht. Sag mal. Gas, Gas, Gas an Bombe, Gas an Bombe. Er ist oben an der Bombe. Einer ist an der Bombe. Ja, ja, der ist zurück in der Fahrkabine. Absolut schlechter Typ. Boah, der rechts, der ist unten rechts long vor allem Snipe. Snipe. Äh, ich splinte. Ich Snipe. Du bist da alleine jetzt, denkst du? Einer, der in Control. Ja, also Snipe in Control. Nice. Nice Boys. Haha! Geil, Steve! Haha! Ja, sie freut. Digga, ey. Der da unten. Wie holst du den mal Chris mit der Nate? Ist der behindert? Digga, ich hol... Äh, einmal dieser... Äh, Gymshot hab ich jetzt geholt. Der hat keinen Hangar. Und dieser... Z-Hasscut oder... Whatever, wie er heißt. Wiss ich nicht. Schieß mich tot. Der hat auch keinen Hangar. Ja. Ich mach jetzt das alles. Impex, 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 Impex. Impex, Impex. Du musst dir ins Pick gehen unten. Ich muss Pick gehen. Ja. Ich komm mit dir rechts, geh rechts raus und leg mich an die B-Womme. Sehr schön. Wo kommen Nades auf A? Ausnahmservenmann. Ich lieg direkt hier. Mhm. Oben, oben kam ein Ding. Oh, da hinten noch einer. Nice. Ja. Ist... Ich guck unser Sporn dann. Aber unten drin, ja. Wo ist der hin? Ich hab Streets. Jungs, das... Ich schwöre, ne? Ich schwöre, ne? Ich schwöre, äh, Marcel. Wie bei Dream Team auf... 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 Ich schwöre. Mit Guard, mit Smoke. Beste. Ja. Die Zeit. Junge, ne? Dieses Headset mit diesen Einstellungen. Hört sich an, als ob die Kugel in die Enthypner so reingepresst werden, ne? Ich hab Streets, ne? Eine vor früh. Nice. Der Fahrkabiner muss safe sein. Jaja, ich bin da absolut schwer. Ich hab vergessen, Klasse zu wechseln. Ich nade rum. Einer an den Ast, ja. Wow, jetzt hat er mich gefickt, Alter. Und... Einer fängt B, einer fängt B, einer fängt B. Einer fängt B. Einer fängt B. Ja, abgesehen. Der Arme, Alter. Der der Sniper A ist der. Ne, der der Sniper A ist der. Nennt den, heißt dann hast du... Dann hast du... Ja, 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 ja. Sniper A ist der erst. Hol den an. Jetzt ist er der Sniper A ist der erst. Der der Sniper A ist der erst. Er geht B, geht B, Jungs, geht B. Ey, die bommen wir nicht nur A. Egal, ich hab Fullstreaks, ne? Da war er, da war er! Bia da oben! Bia hat mir gefehlt, Dennis! Bia hat da oben geguckt, Alter! Was ist das denn jetzt? Wie geil! Oh, 20-1 Team jetzt, ja, perfekt, Mann! Holy shit, das hat zu geil aus, Junge! Raus mit der Smokin, ne? Okay. Bia ist Pumpe. Geil, ne hat der echt 06. Puh, ich konnte mich hier grad noch mal retten von 0-2. Oh, was war das jetzt? Jetzt hat der 07. Oh, das wollte ich nicht! Acht Minuten, Junge! Wir haben fliegt! Oh, Kling! Guck mal jetzt, guck mal, guck mal! Am besten der Headshot gewesen über die Railing rüber, oder? Oh, das war mal ein schönes Match, ey. Mit Quinten, mit diesem Bond und so. Ich glaube, ich schicke den Lead, ja? Mach mal! Mann, der gibt's nur Beef. So, ich guck mal, was es jetzt noch gibt's. Jetzt ist, glaube ich, Match-Time. Wir sind 8, 9 da in der Leder. Äh, ich guck mal, was gibt's jetzt noch? Also, ich guck mal, mä." Ich guck mal. Wollende Bauk чувств classify's nine. So, ich guck mal, Reg rozm leading Jeffrey. Vielen Dank.